Der Weihnachtsmann in Oberndorf Rund um die Kirche, hell und warm Die Lichter blühen, es dufte fein Die Menschen kommen, groß und klein Oh, Weihnachtssauber, strahl so hell In Oberndorf, da freut man sich schnell Am Ufer der Oste, da leuchtet ein Licht Der Weihnachtsmann kommt, ein frohes Gesicht Funkelnde Lichterketten Der Duft von Glühwein und Bratwurst zieht durch die Straßen von Oberndorf Der Weihnachtsmarkt hat begonnen Und die Menschen aus dem Ort und der Umgebung strömen an die liebevoll dekorierten Stände Die Vereine von Oberndorf haben alles vorbereitet An den Heushütten gibt es feine Spezialitäten und handgemachte Geschenke Kinderaugen leuchten beim Anblick der bunten Süßigkeiten und der vielen Angebote Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt Von der traditionellen Bratwurst und Glühwein Bis hin zu Pizza und anderen kulinarischen Highlights Für jeden Geschmack ist etwas dabei Für jeden Geschmack ist etwas dabei Es wird geglast Vier Doppelschläge Es ist 16 Uhr Mit dem Schentichor an Bord verlässt die festlich beleuchtete Heimkehr ihren Liegeplatz Und schippert in Richtung Osten Dort gibt es wichtigen Besuch abzuholen Drei, vier Singen wird man dann von der Und man sieht den Weihnachtsstern Woran man's gestrahlt und ging Weihnachtsmann zum Hochverding Der hat einen Sack dabei Ist gefüllt mit allerlei Das man's kaum noch strahlen kann Der gute, alte Weihnachtsmann Weihnachtsmann nach Weihnachtsmann Das ist dein Schiff im Hafenmann Die stehen schon so lange hier Das ist toll, ne? Der TSV Oberndorf sorgt für Spannung An der Losbude bilden sich lange Schlangen Es gibt viele attraktive Gewinne Und die Freude ist groß Wenn jemand einen der begehrten Preise ergattert Musikalisch wird der Nachmittag von einem Posaunenchor begleitet Der traditionelle Weihnachtslieder spielt Musikalisch wird der Nachmittag von einem Posaunenchor begleitet In der Kirche stimmt der Gospelchor weihnachtliche Lieder an Eine besinnliche Atmosphäre erfüllt den Raum Musikalisch wird der Nachmittag von einem Posaunenchor Musikalisch wird der Nachmittag von einem Posaunenchor Die Kirche wird der Nachmittag von einem Baupunkt Musikalisch wird der Nachmittag von einem Posaunenchor Dann wird es plötzlich still. Ein Raunen geht durch die Menge. Dann wird es plötzlich still. Auf der Oste nähert sich ein festlich geschmücktes Schiff, das sich langsam der Fährpromenade nähert. Die Heimkehr ist zurück. Sie bringt den Weihnachtsmann mit. Begleitet von den strahlenden Lichtern und weihnachtlicher Musik steigt er an Land. Mit einem warmherzigen Lächeln verteilt er Geschenke an die Kinder, die ihm begeistert entgegenlaufen. Wer eine Pause von dem bunten Treiben braucht, der geht zu dem Haus mit den wunderbar dekorierten Schaufenstern. Das Museum Spurensuche bietet einen warmen Rückzugsort. Heute wird das Gebäude zur gemütlichen Wärmestube, zur Kaffeebar und zum Treffpunkt für ein persönliches Gespräch bei einem heißen Getränk und netten Leuten. Am Ende des Abends glitzern die Lichter des Marktes in der Dunkelheit und die Menschen gehen mit strahlenden Augen und warmen Herzen nach Hause. Der Weihnachtsmarkt in Oberndorf. Ein unvergessliches Erlebnis voller Freude, Gemeinschaft und Besinnlichkeit. Frohe Weihnachten wünscht Oberndorf. Der Fluss singt mit, in Oberndorf tanzt jedes Herz im Takt. Oh Weihnachts zauber, strahl so hell. In Oberndorf, da freut man sich schnell. Am Ufer der Oste, da leuchtet ein Licht. Der Weihnachtsmann kommt, ein frohes Gesicht. Ein Hoch auf den Markt, ein Hoch auf den Ort. Oberndorf singt, das Lied trägt uns fort. Mit Glanz in den Augen und Herzen so froh. Der Weihnachtszauber bleibt immer so. Oh Weihnachtszauber, strahl so hell. In Oberndorf, da freut man sich schnell. Am Ufer der Oste, da leuchtet ein Licht. Der Weihnachtsmann kommt, ein frohes Gesicht. Der Weihnachtsmann kommt, ein frohes Gesicht.